Herzlich willkommen. Herzlich willkommen dort, wo Sie sind, von dem Ort, wo Sie sich befinden. Wie jeden Samstag möchten wir Ihnen heute die geschäftliche Business-Präsentation Average vorstellen. Ich hoffe, Sie haben sich vorbereitet, Sie haben neue Partner zu unserer Präsentation eingeladen und natürlich werden wir neben der Präsentation noch die Jungs-Nachrichten der Gemeinschaft vorstellen. Fangen wir an. Der Mensch, den Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, heißt Manuel Sanchez. Ich bin bald 66, noch bin ich aber 65. Ich spreche ein wenig über meine eigene Geschichte. Wie jeder Unternehmer bin ich der Meinung, dass man in den meisten Fällen und auch in meinem Fall es so war, dass ich Bücher lasse. Also man kann immer ein Buch lesen, man kann viele Bücher lesen. Ich bin ein sehr konsequenter Unternehmer. Und man muss immer verstehen, dass ein Unternehmer viel arbeiten muss. Und wie die meisten Unternehmer denke ich, ich bin sogar davon überzeugt, dass wir uns nicht leisten können, etwas Neues abzulehnen. Wir müssen immer Träume für uns formulieren. Wir müssen in Richtung der Ausführung, der Erfüllung dieser Träume denken. Als ich jung war, studierte ich und wollte Ingenieur werden. Das waren lange Jahre. Und es war die Zeit, die ein wenig produktiv war. Aber ich bin nicht dazu gekommen, was ich so gelernt habe. Nach dem Studium wurde ich in der Armee eingezogen, wie das in Spanien damals durchaus üblich war. Das war so eine Zeit. Und dann wurde ich in meine Stadt oder bin ich in meine Heimatstadt zurückgekehrt. Ich bin geboren worden. Ich lebe und lebte immer in der Stadt Cantarier. Das ist meine Heimat. Und ich erinnere mich an ganz viele Grundsätze. Und es gibt da einen ganz schönen von. Vielleicht werde ich eine kleine Erklärung abgeben. Die Arbeit, die ich damals verrichtet habe, war folgend. Ich habe in einer großen Firma gearbeitet. Also das war das Angestelltenverhältnis. Und ich habe die Arbeit in meiner kleinen Werkstatt noch nebenbei begonnen. Und heute ist es in dem jeweiligen Bereich fast die stärkste Firma. Aber damals war das Ganze bei weitem nicht grandios. Man hörte nicht unbedingt auf die Meinung der Mitarbeiter. Ich war um die 20. Und wenn ich damals erlaubt hätte, mich so zu behandeln, wie ich nicht wollte, hätte ich mich vielleicht länger dort geblieben. Aber ich bin gegangen. Beziehungsweise man hat mich entlassen. Aber das spielt ja keine Rolle jetzt. Ich habe mit der Zeit festgestellt, meine Gene enthalten nicht die Komponente, die einem erlauben würde, auf jemanden zu hören. Dann habe ich Handel betrieben. Ich habe Parfum verkauft. Und ich habe festgestellt, ich bin der Mensch, der ganz gut mit Menschen zusammenkommt. Und ich kann gut Verträge schließen. Ich war 22, 21 Jahre alt. Ich habe einen halben Tag gearbeitet und nicht den vollen Tag. Und als ich nach Hause kam, hatte ich schon ein paar Pfennige in der Tasche. Ich hatte fast den Job meines Traumes. Fünf Jahre später habe ich einen Laden aufgemacht, um Großhandel so ein bisschen zu betreiben. Im kleinen Stil vielleicht, aber doch. Und da habe ich gehandelt. Also ich habe nicht nur, ich habe beides gemacht. Großhandel und Klein-Einzelhandel bei Gelegenheit. Ich hatte viele Hindernisse bekämpfen müssen. Manchmal waren das große Sachen, manchmal kleine. Aber ich ging nach vorne und ich wusste, ich komme klar damit. Ich habe gesagt, ich wurde mit verschiedensten Situationen konfrontiert. Und das waren manchmal auch Situationen, wo man kämpfen musste. Und dann habe ich mir gedacht, aha, da musst du was Großes in deiner Stadt aufbauen. Und sechs Monate später, nach dem Start meines Businesses, passiert nämlich etwas Schlimmes. Ein großer Brand, also mein ganzes Geschäft wurde ruiniert. Man hätte denken können, jeder normale Mensch in dieser Situation hätte sich gedacht, vielleicht ist das nicht das Richtige. Und also ich habe gesehen, wirklich mit meinen eigenen Augen, wie mein Traum kaputt geht. Als man mir mitteilte, dass wir brennen und die Feuerwehrleute, die Feuerwehr hat länger gebracht. Ich konnte nur sehen und beobachten, wie mein Traum zugrunde geht, kaputt geht. Gut, ich war nicht drin, aber ich habe es wenigstens gesehen. Viele hätten das eingestuft als ein Zeichen von oben. Am nächsten Tag habe ich ein neues Gebäude angemietet, um alles von vornherein wieder aufzubauen. Ich schaue ungern nach hinten. Ich schaue immer nach vorne. Nie nachgeben. Eigentlich nie nachgeben in solchen Situationen. Ich bin vielleicht manchmal zu sensibel. Ich bin weitergegangen. Ich habe einige Hypothekendarlehen bezahlen müssen. Also es war schon eine sehr aktive Art und Weise, wie ich damals gelebt habe. Und zu irgendeinem Moment, zu irgendeinem Zeitpunkt auf diesem Wege, wurde mir klar, ich verkaufe am liebsten etwas, was Qualität hat, was für jedermann nützlich ist. Und das kann man auch vergleichen. Und normal ist das, dass die Tausende von Menschen, an die wir etwas verkaufen, was einen Dollar wert kostet, wird uns nicht viel bringen. Also man sollte lieber vielleicht eine Sache verkaufen, aber an einen ordentlichen Menschen. Das kann man mit unserem Business auch vergleichen. Ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, daran zu denken, was morgen kommt, was auf einen in Zukunft kommt. Und ich verstehe, also ich kann meinen Lebensunterhalt bestreiten dafür, dass ich heute verdient habe. Als ich, als die Sachen bergauf gingen, habe ich angefangen, im Internet etwas zu verkaufen. Damals dachte ich mir, gut, der Internet, dem Internet gehört die Zukunft, dachte ich damals. Heute, klar, wir sind alle im Internet, wir sprechen über Zoom, wir verwenden neue Technologien. In der Tat ist es so, es hat sich größtenteils bewahrheitet. Und ich war immer der Meinung, ich kann gut handeln, ich kann gut mit Menschen umgehen. Aber natürlich muss man gestehen, das Leben verändert sich. Ich war damals noch nicht auf unserem Unternehmen konzentriert, auf einem Business. Ich habe das eine und das andere hin und wieder getan. Und auf die virtuelle Art und Weise war ich vielfacher Millionär. Also Millionär halt, aber virtuell. Ich glaube, viele können von sich etwas Ähnliches behaupten. Sie sehen virtuell das Geld und meinen, ach, ich bin reich, ich bin reich. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann fängt fast jeder an zu denken. In der Lage ist unsere Finanzkompetenz am Boden. Die Finanzbildung gleicht null. Ich kann verdienen, aber ich kann das Geld nicht vermehren. Ich kann nicht aufbewahren, ich kann nicht zur Seite legen. Dafür braucht man Kenntnisse, um wiederum diesen eigenen Dollar in eine Million von Dollar zu verwandeln. Und bevor ich das Angebot annahm, sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, habe ich angefangen mit dem Programm CryptoUnit. Also bei CryptoUnit war das im März 2019. Ab diesem Zeitpunkt war ich dabei. Und bevor ich mich entschieden habe, voll dabei zu sein, musste ich mir gründlich überlegen. Sie können sich erinnern, es war damals nur ein Projekt. Und heute ist es eine tatsächliche Realität. Und das ist ein durchaus super Geschäft. Wie gesagt, bevor ich mich dem Anschluss, ich war damals bei einer anderen Firma tätig, einem Technologieunternehmen, das auch unglaublich tolle Zukunft verheiste. Aber das Wichtige war, dass wir etwas Gutes für diese Welt vorbereiten wollen und können. Damals musste ich die Entscheidung treffen, ob ich da halbherzig was mache oder ob ich voll und ganz mich einbringe. Meine Struktur in ganz Spanien war ziemlich groß. Und der alte Job war nicht schlecht und das Angebot passte mir auch gut. Und ich musste mich irgendwie entscheiden. Und was hat mich schließlich motiviert? Was hat mich motiviert, dass ich mich dieser Firma anschloss? Das war damals SWIG, heute heißt das EWORIC. Natürlich die Philosophie. Die Philosophie unserer Unternehmung. Was wir an Missionen hier hatten, welche Visionen wir besitzen. Ich habe mich wirklich verliebt und ich habe nie, wie ich Ihnen sagte, nach hinten geschaut. Ich habe immer meinen Blick nach vorne gerichtet. Natürlich können wir mit Geld etwas mehr für die anderen machen als ohne. Aber man muss sich nicht lediglich auf Geld fixieren. Wir sind glückliche Menschen. Und wenn wir glückliche Menschen sind und Geld generieren können und auch die anderen dabei unterstützen können, dann ist es auch ein großer Schritt nach vorne. Na gut, wollen wir uns nicht lange aufhalten bei diesem Blatt, bei dieser Seite. Unterm Strich will ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Angebot angenommen habe. Das war wohl das beste Angebot, was ich in diesem Leben bekommen habe. Solche Angebote gibt es nur einmal im Leben und man muss von der Chance Gebrauch machen. Man muss auch den anderen diese Chance geben. Man muss auch den anderen erklären, dass sie unbedingt diese Chance aufgreifen müssen. Gehen wir nun über zu der nächsten Seite und ich erkläre Ihnen ein bisschen, wie das Programm für heute aussieht. Das Programm für heute beinhaltet die Firmenpräsentation, wie jeden Samstag eines jeden Monats. Und am Ende sprechen wir über die jüngsten Nachrichten aus dem Unternehmen. Unternehmen, das, was Sie schon im Kundenkonto, Kundenaccount gesehen haben. Nicht alle haben die Gewohnheit, sich das anzuschauen, aber wir zeigen Ihnen alle Neuigkeiten. Wir zeigen Ihnen alles. Wir werden Ihnen alles, was Sie interessiert, so nahe bringen. Gut, dann die nächste Seite bitte. Wir sprechen über die unternehmerische Ausbildung von Everich. Das ist eine Möglichkeit, die es nur einmal gibt in diesem Leben. Schalten wir nun die nächste Seite ein. In allen Rooms, wenn es geht. Im spanischen Raum läuft das Video, im russischen noch nicht. Kann man das irgendwie beschleunigen? Guten Tag, liebe Freunde. Wir möchten ganz insbesondere die Teilnehmer begrüßen, die das erste Mal dabei sind. Bei dieser Präsentation erfahren Sie mehr über die Firma Everich. Sie werden interessante und einzigartige Informationen erfahren, die Sie früher möglicherweise nicht hatten. Wie Sie damit umgehen, entscheiden Sie selbst. Unser Treffen wird nicht länger als 20 Minuten dauern. Seien Sie aufmerksam, denn Sie erfahren viel Interessantes. Nun zum Programm dieser Präsentation. Realien des heutigen Tages. Was ist das Ökosystem Everich? Unser Geschäftsmodell MLCI. Unser wichtiges Warum unserer Mission. Nächste Schritte zu Ihrem Erfolg. Jüngste Nachrichten aus Everich. Was fangen wir an? Was passiert? Was findet statt in der modernen Welt? Haben Sie diese Frage an sich gestellt? Welche Gefühle rufen bei Ihnen die Geschehnisse auf? Zorn und Depression oder umgekehrt? Sie sind motiviert und sind willig, nach neuen Lösungen zu suchen. Die aktuelle Situation hat zweifelsohne die Welt erschüttert. Denn viele Unternehmen mussten schließen. Viele Menschen sind ihre Job los. Das sorgt für mehr soziale Probleme, für die Unmöglichkeit, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das sorgt für Chaos bei vielen Menschen. Aber wie jede Situation hat diese auch zwei Seiten. Die positive und die negative. Warum sollen wir nicht die Situation uns anschauen unter einem anderen Blickwinkel? Vielleicht ist diese Warnglocke für die Menschheit, die bedeutet, dass man die Komfortzone verlassen muss, um etwas Neues auszuprobieren, wovon wir nur träumten. Nie aber Zeit hatten, um das wirklich in die Tat umzusetzen. Vielleicht ist die Zeit gekommen. Vielleicht hat die Stunde geschlagen. Vielleicht ja. Sie suchen nach der Möglichkeit, wissen aber nicht, womit und wie Sie es beginnen. Dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Wir haben eine Lösung. Sind Sie bereit? Unsere Antwort heißt Average. Average ist eine globale Marketingplattform, der ein einzigartiges Geschäftsmodell anbietet, sowie exklusive Möglichkeit für die Beteiligung an verschiedenen Projekten. Das Ziel von Average besteht darin, Millionen von Menschen weltweit zu helfen, finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit zu gelangen. Unser Hauptquartier befindet sich in den Vereinigten Staaten Amerikas. Wir haben über 750.000 aktive Partner weltweit. Alle Webinare und Veranstaltungen werden in mehr als elf Sprachen übermittelt. Wir haben in unserem Ökosystem über eineinhalb Millionen registrierte Nutzer und über zehn unikale Warenzeichen, Handelsmarken. Sprechen wir über einige Projekte, die bereits funktionieren und die bald anlaufen werden. Das Ökosystem Average gewährt Ihnen den Zugang zu unikalen, unabhängigen Brands und deren Produkten. Unsere exklusiven Angebote auf dem Markt geben Ihnen die Möglichkeit, das Business in allen Projekten des Ökosystems aufzubauen. Die vollwertig funktionierenden Projekte sind derzeit Akademie für Privatinvestoren, Educafé, Education Café, UGP Group, die Firma UGain. Und bereits heute wird zum Start unser neues Projekt vorbereitet. ILC, die juristische Beratung. Dank dieser Vielfalt von Produkten und Firmen ist unser Geschäftsmodell nicht erschütterlich, unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Situationen in der Welt. Lass uns ausführlicher unsere Projekte anschauen. Die Akademie für Privatinvestoren ist das populärste System, der populärste Brand unseres Ökosystems. Bildung im Bereich Investitionen und Finanzen, das ist das gefragteste Produkt in der modernen Gesellschaft. Wissen Sie, dass der Statistik nach nur 10 Prozent der Weltbevölkerung verstehen, wie sie ihr Geld verwalten können und sie lernen die Wissenschaft des Investments. Neue Studien haben ergaben, dass die Investitions- und Finanzkompetenzen bei den erwachsenen Menschen durchaus niedrig sind, was 90 Prozent aller Menschen dabei verhindern, jemals frei zu werden. Wir wollen diese Situation verändern oder verbessern. Alle unsere... Alle unsere... Alle unsere... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen über das System Everreach, über die eventuellen Partnerschaften, über die möglichen Einnahmequellen und Sie können hier unser Trainingsprogramm sehen. Gehen wir nun zu der nächsten Seite über. Und lasst uns darüber sprechen, welche Träume einer hat. In den meisten Fällen sind unsere Träume grandios, gewaltig. Aber manchmal gibt es Menschen, die in der Tat überhaupt gar nicht träumen können. Und ich denke, dass ein Mensch oder der Mensch, der nicht träumt, auch nicht lebt. Denn natürlich, wir arbeiten, wir beschäftigen uns mit unseren Sachen, jemand hat Familie, jemand hat Kinder. Oder vielleicht haben wir, vielleicht haben nicht alle 북한 oder vielleicht hat Einstein, haben wir mit unserer occurrirmen, wir möchten etwas werden, wir wollten etwas haben. Und wenn wir unabhängig werden, dann ist es häufig so, dass wir aufhören zu träumen. Vielleicht wurde uns das in den Schulen nicht beigebracht. Aber wir müssen das können. Wir müssen etwas schaffen, wir selber, um nach vorne zu gehen, um uns begeistern zu können. Also ich denke, dass das Träumen und die Träume im Leben eines jeden sehr wichtige Bedeutung spielen. Ich habe mehrfach gesagt, wir sind nicht daran schuld, dass wir in einer armen Familie geboren werden. Aber arm sterben, das ist unsere Schuld. Denn heute gibt es Internet. Heute besteht die Möglichkeit, dass man Informationen schöpft. Und man kann einen Ausweg finden aus der Situation, die einem vielleicht nicht passt. Vielleicht spreche ich das ein bisschen barsch aus, aber das ist in der Tat so. Denn unsere Fähigkeiten sind an und für sich gut. Super, wir können nach vorne gehen. Wir können das Leben unseres Traumes organisieren. Träumen muss jeder Unternehmer können. Das darf man nicht vergessen. Und man muss natürlich auch sehr, sehr groß, in großen Ausmaßen, in großen Maßstäben träumen und denken. Einer würde sagen, ach, ich will das Auto so und so haben, das erst gestern auf den Markt kam. Oder ich möchte ein neues Haus oder ich möchte etwas kaufen. Vielleicht hat das erst mal mit der Arbeit nicht viel zu tun. Aber allenfalls dürfen wir das nicht vergessen. Und dann wird die Arbeit auch viel besser umgesetzt werden. Nun zu der nächsten Seite der Präsentation. Wenn wir über Cashflow-Quadrant sprechen. Sie sehen hier Robert Kiyosaki. Sie sehen hier den Menschen, der seine Kenntnisse uns mitgeteilt hat. Das ist ein professioneller Investor. Und gleichzeitig ein sehr interessanter, lustiger Mensch. Mir gefällt er sehr gut. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der Fan von ihm ist. In der Welt von Geld, in der Welt von Investitionen ist diese Person sehr bekannt. Und dieser Mensch in einem Moment seines Lebens hat sehr interessante Gedanken formuliert, die heute eine weitere Verbreitung gefunden haben weltweit. Wir sprechen über einige Formen, über einige Quadranten, wo sich Menschen befinden können. Und der Anteil von Menschen oder die Anteile von Menschen, die zu einem oder zu einem anderen Quadrant gehören, sie sind unterschiedlich. Wir sehen hier in diesen Bereichen befinden sich Gelder, die in ihrem Interesse unterwegs sind. Viele sind Arbeitnehmer. Ich würde sogar die allermeisten, die ein bisschen Geld verdienen, um den Unterhalt zu bestreiten. Die Menschen, die ein bisschen zielstrebiger sind, sind nicht mit allem einverstanden. Sie werden Geschäftsleute, bieten Dienstleistungen an und fangen an, als Selbstständige etwas zu kreieren. Wenn wir für jemanden arbeiten, und in vielen Fällen verdient man da gar nicht so viel. Da sind nicht Mindestlöhne, dann sehr mäßige Gehälter. Denn wir arbeiten für jemanden und es verdient derjenige, für den wir arbeiten. Wenn die Geschäftsleute die Mittel vergleichen, die sie verdienen und die sie empfangen, da würden wir den Unterschied ganz deutlich sehen. Natürlich gibt es Menschen, die es ganz schön schaffen, nach vorne zu gehen. Es sind Menschen, die nach vorne gehen, nach vorne blicken. Sie verstehen, dass es nicht ausreicht, ein Kleinunternehmer zu sein. Denn sie schaffen ihre eigene Firmen. Und da fängt die Situation an, wo die Menschen für dich arbeiten. Wir sind jetzt im rechten Teil unseres Quadrants. Hier haben wir zu tun mit Eigentümern der Geschäfte. Nicht alle kommen einmal sogar zu dieser Situation. Aber sehr viele könnten bei so einer Konstellation sich schon viel, viel mehr im Leben leisten. Und es ist nicht einmal erforderlich, dass der Geschäftsmann jeden Tag am Arbeitsplatz erscheint. Denn er hat eine Struktur geschaffen, ein System, das es ihm erlaubt, nicht durchgehend zu arbeiten, häufiger Urlaub zu machen, währenddessen das System für ihn arbeitet. Das wollen wir gerade ausweisen. Wenn wir aber zum letzten Quadrant kommen, unten rechts. Das ist eine unglaublich tolle Situation. Ich hoffe, wir werden da irgendwann dort ankommen. Das ist eine Art Leiter. Ich sage immer vom eigenen Standpunkt, von der eigenen Erfahrung aus, die ich mir angeschafft habe in meinem Leben. Natürlich wollen viele eine riesengroße Unternehmung aufbauen. Dann haben sie es getan und was weiter? Man darf ja nicht stehen bleiben. Und dann wird es richtig schwer. Wenn die Menschen in die Welt der Investitionen eintreten, wundern sie sich, welche Möglichkeiten sich vor ihnen eröffnen. Hier arbeitet das Geld schon für den Investor. Da sind die Möglichkeiten schon weitaus größer. Und nun wollen wir über diese Wunder sprechen, über die Möglichkeiten, die Unternehmer im MLCI-Geschäft haben. Die Möglichkeiten, die wir bekommen haben von unserem Generaldirektor Andrei Khabratow. In der Tat, wenn die Menschen das Ganze analysieren, wenn sie die Möglichkeiten schätzen, die sich ihnen ergeben, entscheiden sie sich sofort und sie gehen ganz, ganz schnell nach vorne. Lass uns noch eine Folie anschauen. Unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft Everidge, deren Hauptquartier sich in den Vereinigten Staaten befindet. Auf dem vorigen Video wurde das erwähnt. Für mich bedeutet Everidge eine Art Dachunternehmen. Das ist also wie ein Regenschirm. Dachunternehmen, wo viele Projekte und Firmen untergebracht sind. Und wir sind alle Partner und ein Teil von Everidge. Lasst uns sehen, wenn der Mensch sich entscheidet, ein Teil unserer Firma zu sein, an einem unserer Projekte mitzuwirken, kann er STO-Token kaufen. Und in demselben Moment wird er zum Eigentümer des globalen Portfolios. Das ist sehr einfach. Das ist sehr verständlich und das hat ganz, ganz große Potenziale. Sobald der Mensch zum Eigentümer, zum Miteigentümer wird, befindet er sich unter dem Dach unseres Ökosystems. Und der Mensch kann sich einem anderen Projekt anschließen. Wir sprechen zum Beispiel über juristische Beratungsdienste, wo eine Vielzahl von Fragen erledigt wird. Ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch braucht. Und wir wissen, es ist hier das Projekt und die Firma, die immer zugänglich bleibt. Und man darf natürlich auch die Akademie für Privatinvestoren nicht vergessen. Das ist ja die Urquelle vom Ganzen. Dort sind die Kenntnisse konzentriert und das notwendige Material für die Ausbildung im Bereich Finanzen und Investitionen. Und wir haben noch ein Educafé. Es ist ein Restaurant, es ist ein Café, wo man nicht nur Mahlzeiten zu sich nehmen kann, wo man Essen bestellen kann. Dort kann man auch Trainings durchführen. Und das wird bald weltweit vertreten sein. Und wir sind sehr stolz darauf, dass auch diese Unternehmung zu unserem Firmenpool gehört. Und UGP Group ist eine in der Schweiz angesiedelte Firma für einen Leistungsträger für den Security Token World Crew. Gehen wir zu der nächsten Seite über. Ja, was macht uns so besonders? Hier sehen Sie ein Foto vom Educafé. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen Sie eine der weiteren Gaststätten von Educafé. Und Sie sehen hier, Educafé ist mobil. Wir können im Camping fahren. Und da finden Sie auch ein Educafé vor. Das ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz toll. Man kann das über Franchising-Projekte kaufen in jeder Stadt, in jedem Land. Und wir können gleichzeitig mit Eigentümer auch Kunden sein. Irgendein Mensch mag sagen, ich möchte ein Educafé hier aufmachen. Und einer wird sagen, das ist doch nicht interessant, das ist doch nicht rentabel, das ist kein schöner Ort. Aber was will ich damit sagen? Educafé als Café oder als Gaststätte, als Restaurant ist schon an sich attraktiv. Aber es besteht die Möglichkeit, dass man noch was anderes dort betreiben kann. Dort kann man noch das Business machen. Und man kann sich dort mit Kunden treffen. Und wie gesagt, da sind Sie in zwei Funktionen dabei. Als Mieteigentümer und als Geschäftsmann. Jetzt möchten wir ein paar Worte noch verlieren über die Brands unseres Ökosystems. Einige von Ihnen habe ich schon erwähnt. Wir schaffen unikale Produkte. Wir schaffen Werte für den Markt. Wir sind Firmen mit Alleinstellungsmerkmalen, die auf Gemeinschaft orientiert sind und auf ganz viele Nutzer. Hier sollen Edelmetalle erwähnt werden, wie auch Basalt und viele andere Technologien und Werkzeuge, die wir in unserem Portfolio haben. Und das ist nun ein weiteres Thema, das sehr, sehr lange ausgewiesen, ausgesprochen werden kann. Diese Firmen. Basalt ist übrigens eines meiner Lieblingsbeispiele, die ich anführe. Wir haben ein ganz großes Portfolio aktuell. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, was auf uns zukommt. Nur die beste Zukunft mit all den Projekten, die wir besitzen, die wir haben. Auf der nächsten Seite sehen wir die Möglichkeiten der Partnerschaft. Also, das, was wir anbieten, kann mit nichts verglichen werden davon, was auf dem Markt angeboten wird. Sehen Sie, wie stark unser Portfolio diversifiziert ist, was wir alles haben. Wir bringen unseren Partnern bei, dass sie es schätzen müssen, was wir haben, dass sie davon richtig Gebrauch machen. Und dann gehen wir zu der nächsten Folie über. Im Erhalt des Ökosystems EvoRidge. Und kann jeder einsteigen, kann jeder sich profilieren und entwickeln. Unsere Firma, unser Unternehmen, MRC, ist ein vielschichtiges, vielseitiges Unternehmen. Hier gibt es viele Ebenen, sehr viele Statusplätze, Ranglisten. Und mit verschiedenen Formeln, nach verschiedenen Formeln, unter Voraussetzung verschiedener Handlungen, kann man hier sich entwickeln, sich emporarbeiten zum Präsidenten. Und die stärksten Partner unserer Unternehmen können durchaus den Rang eines Präsidenten erlangen. Und von hier aus kann man sehen, wie sich diese Karriereleiter entwickelt. Also, wir sehen, was vorne auf uns zukommt, welche Kenntnisse auf uns zukommen können und was alles uns auf diesem Wege erwartet. Dann gibt es noch einen Plan von EvoRidge zur Schaffung von Wohlstand. In der Tat will ich nicht vorlesen, was Sie auch ohne mich lesen können. Also, ich sage einfach, der Staat heißt Nutzer. Das ist der Staat für jeden Teilnehmer unserer Gemeinschaft. Und hier kann verdient werden mit der ersten, zweiten, dritten und so weiter Ebenen. Das heißt, man tätigt eine kleinere Investition. Und hier darf man natürlich nicht vergessen über die Duplikation. Denn das, was wir machen und wenn wir das gut machen, müssen wir auch unseren Partnern so beibringen. Und je weiter wir in die Tiefe gehen, wir sehen, wie die Prozentsätze steigen. Wir sprechen hier von sechs Ebenen, aber auch in die Tiefe geht das ungefähr so. Das Interessante fängt an bei der Ebene eines Konsultanten. Denn das Ziel, das wir als erstes sehen, das Ziel ist die Erreichung der Stufe des Agenten. Und das Nächste ist der Rang des Konsultanten, denn von der sechsten Ebene nach unten fängt man an zu verdienen. Also, diese Ziele sollen sich die Neulinge immer, die Anfänger immer setzen. Lasst uns Folgendes vorstellen. Also, ein Mensch arbeitet und es funktioniert. Alles gut bei ihm. Erzählt über unsere Firma, stellt sie vor, er präsentiert die Möglichkeiten. Er erzählt, was unser Business ist, wie unsere Philosophie und unsere Mission sind. Er wird, diese Person wird immer mehr Partner anziehen, immer wachsen und mehr verdienen. Ich empfehle allen, so schnell wie möglich, den Rang eines Konsultanten zu erreichen. Nun, die nächste Folie bitte. Und in unserer Gemeinschaft gibt es zwei wichtige Figuren. Die erste ist ein passiver Partner. Da sind Menschen, die sich uns angeschlossen haben. Möglicherweise haben sie ein paar Krypto-Units erworben. Und dann leben sie weiter so, wie sie das kannten. Sie sind nicht mal im Kundenkonto zu Besuch. Sie wissen nicht, was sich mit Krypto-Unit abspielt und, und, und. Und da mögen sie sich fragen, was habe ich nun von all dem? Das ist immer das Einfachste, wo man auf andere nur schaut, ohne dass man selber etwas tut. So beschaut man eigentlich nur die anderen. Also ein passiver Partner wird nur sitzen, Hand in Hand, ohne etwas zu unternehmen. Also passiver Partner, die in der Tat nichts Vernünftiges machen, die arbeiten nicht innerhalb der Firma, die können zwar Provisionsauszahlungen aus dem Netzwerk bekommen, aber die werden sehr, sehr begrenzt sein. Und Loyalitätswohnungen und Einnahmen von den Projekten. Aktive Partner hingegen können unserer Philosophie folgen. Sie können unserer Mission folgen und der Vision, beziehungsweise den Visionen der Firma. Sie werden Online-Veranstaltungen besuchen und, und, und. Das sind Menschen, die Anhänger der Firma sind. Das sind Menschen, die in diesem Business etwas Neues sehen. Etwas, was auf sie in Zukunft, was sie später erwartet. Das sind unbegrenzte Gebühren, beziehungsweise Provisionen aus dem Netzwerk. Das sind Boni im Rahmen des Loyalitätsprogramms. Das sind Boni für die Mitgliedschaft im VIP-Club und alles, was den Partnern hier zusteht. Natürlich, wenn einer sich um sein Netzwerk kümmert, sein Business ausbaut, verdient er größere Boni, bekommt er bessere Chancen. Und man wird auf die selbe Art und Weise auch die anderen anwerben unter Benutzung des Systems der Duplikationen. Gehen wir über zu der nächsten Folie. Ich nähere mich dem Bildschirm ein bisschen an. Ich bin ja bald 66. Ich sehe nicht mehr so scharf wie früher. Also, hier sehen wir einige Trainingspakete von Evorish. So, wie das in unseren Kundenkonten aussieht. Was ich gestern gesehen habe, neue Bildungskurse, neue Pakete sind in Vorbereitung erneuerte, sehr interessante und sehr wichtige, die sehr viele neue und wichtige Informationen enthalten. Informationen, nach denen wir heutzutage alle suchen. Ich kann mir vorstellen, was André Havrata machen will, was er alles erreichen will. Er will, dass alle Menschen auf der Erde verstehen, was Finanzkompetenz ist, was Investitionen sind und was das bedeutet, wie das tickt. Nicht alle wollen sich allerdings damit auseinandersetzen. Nicht alle wollen verstehen, wie man damit verdienen kann. Wenn wir über unser Kundenkonto sprechen, müssen wir sofort sagen, wir haben einige Kursmöglichkeiten. Wir haben einige Pakete. Wir sprechen zum einen über die Selbstentfaltung, über den Leadership, darüber, wie man unser Business anbieten soll, wie man Möglichkeiten präsentiert. Eben hier können Sie all die notwendigen Kenntnisse bekommen, um das Business aufzubauen, um die Berufsleiter innerhalb unserer Firma aufzubauen. Die Kenntnisse sind nicht nur dafür erforderlich, um in unserer Firma tätig zu sein. Das sind Kenntnisse, die einem im Leben sehr wohl helfen können. Und da finden wir sehr viele mannigfaltige und interessante Kurse. Kurse. Und die nächste Folie bitte. Wir kommen noch zurück auf unsere Pakete. Hier haben wir einen 90-Tage-Plan. Vielleicht wird das Ihnen ein wenig kompliziert erscheinen. Vielleicht ist es auch so, wenn wir über unsere Bemühungen sprechen. Was wir planen, Wir sprechen über den Aufbau von Plänen, über die Duplikation und darüber, wie man Pläne für 90 Tage aufbauen kann. Einem solchen Plan folgend können wir dazu kommen, was wir wollen. Wir wollen Verdienste haben, die wir anstreben. Und das Erste, was wir hier machen müssen, ist die Registrierung und der Start der Tätigkeit. Man muss hier verstehen, auf welche Etappe man ist, man sich befindet und wie ihre Handlungen zu sein haben. Wie ihr künftiger Plan aussehen soll. Man muss sich viele Bildungskurse anschauen, Videos. Man muss mit Menschen kommunizieren, mit Liedern und so weiter und so fort. Der Prozess innerhalb dieses 90-Tage-Plans wird Sie dazu bringen, was Sie wollen. Das ist natürlich so mit ein bisschen die Frage der Zeit, aber Sie dürfen hier keinen einzigen Tag verlieren. Man muss jeden Tag mit der Duplikation sich beschäftigen. Man muss Präsentationen machen. Man muss über die Firma erzählen. Man muss eine Kundenliste erstellen, einen Kundenstamm. Man muss arbeiten und man darf nie aufhören zu arbeiten, denn wenn Sie beginnen und Sie wollen ja beginnen, Sie wollen ja etwas erreichen, dürfen Sie nie anhalten. Nach 90 Tagen werden Sie schon sehen, was das herbeiführt. Verpassen Sie keinen einzigen Punkt, der zu diesem Plan gehört. Dann gehen wir immer weiter, weiter und weiter und dann sage ich, dann versichere ich Sie, dass Sie das erreichen werden, was Sie sich wünschen. Um ein jedes Business zu beginnen, müssen wir etwas machen. Selbst wenn wir einen Frisursalon neben unserem Haus aufmachen wollen, jedes Geschäft, das Ihnen jetzt einfällt, müssen Sie mit irgendwas begleiten. Was braucht man? Man braucht Kunden. Ein x-beliebiges Geschäft braucht Kunden. Wo sollen wir diese finden? Da haben Sie einen kleinen Memory-Jogger. Wir müssen also eine Kontaktliste erstellen. Und innerhalb dieser Kontaktliste müssen wir maximal all die Daten, all die Informationen zu der Person angeben. Angefangen von dem Zeitpunkt, wo Sie diesen Menschen kennengelernt haben. Name, Nachname, Telefonnummer und, und, und. Also Sie sind in WhatsApp. Sie sehen, wen Sie da alles haben. Sie fangen an, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Sie tragen diese Menschen ein in Ihre Kontaktliste. Und damit kann schon begonnen werden, diese Kontaktliste. Wir fangen natürlich an mit eins, zwei, drei. Und dann sind wir bei 50, bei 100, bei 2000 Menschen. Und sobald Sie so einen Denkzettel ausgefüllt haben, werden Sie vielleicht denken, oh, es ist alles, ich kenne niemanden mehr. Ich habe schon alles mir aufgeschrieben. Das dürfen Sie so nie denken, denn Sie gehen einkaufen, Sie gehen mit Ihrem Hund, Sie gehen einfach spazieren, Sie gehen Kaffee trinken. Menschen können Sie an jedem Ort kennenlernen. Auch wenn Sie die Menschen nicht so gut kennen. Vielleicht haben Sie die Menschen gar nicht früher gesehen. Vielleicht kennen Sie die noch nicht so wohl. Aber Sie können die kennenlernen. Sie können ins Gespräch einsteigen. Und gerade hier fangen wir an, unsere Kontaktliste zu erstellen. Und das ist also unser erster Schritt, wie wir zu unserem 90-Tage-Plan kommen können. Es geht weiter. Und hier geht es weiter. Wir sprechen hier über diesen Denkzettel, Memory-Jogger. Alles sehr logisch, alles sehr gut. Es ist durchaus sinnvoll, wenn man mit Verwandten anfängt. Wir fangen an mit der eigenen Familie. Denn da sind unsere nächsten Menschen. Da sind Menschen, die wir jederzeit ansprechen können. Da sind Menschen, die wir ohnehin kennen. Wir müssen sie nicht weiter kennenlernen. Wenn wir solche Möglichkeiten unseren Nächsten geben, erzählen wir Ihnen ganz aufrichtig darüber, welche Möglichkeiten sich vor Ihnen entdecken. Und gegebenenfalls hier werden unsere Verwandten verstehen, dass es Möglichkeiten sind, die das Leben verändern können. Nicht nur ihr Leben, sondern das Leben ihrer Freunde, ihrer Bekannten und, und, und. Und da fangen wir an, wirklich mit den nächsten Freunden, Bekannten, Nachbarn. Und dann gehen wir weiter. Personen, die wir sonst kennen. Ihre Kontaktliste in sozialen Netzwerken. Dann fangen wir hier an. Wir bilden so kleine Gruppen von Menschen. Und dann können wir diese Information teilen mit den Menschen, die sie sehr gut kennen. Das sind möglicherweise ihre Buchhalter, ihre Friseursinnen oder Verkäufer aus dem nächstgelegenen Laden. Wir müssen verstehen, dass je mehr Menschen wir mit Informationen versorgen, desto besser wird das Ergebnis sein. Wir müssen auch immer verstehen, dass die Möglichkeiten, die wir anbieten, tatsächlich etwas Wert haben. Also wir wollen niemanden über den Tisch ziehen. Wir wollen nichts Falsches tun. Weitere nächste Schritte für künftige Handlungen und so weiter. Hier ist alles überhaupt sehr einfach. Man muss sich anmelden bei den Kursen für MLCI. Hier sprechen wir schon sogar über die Partner, die längere Zeit mit uns in der Firma sind. Man muss sich anmelden, denn man muss neue Erkenntnisse, frische Informationen bekommen. Nie zurückbleiben nach dem Motto, gut, viele mögen ihre Visionen, haben sie, mögen glauben, sie wüssten schon alles. In der Tat ist das nicht so. Also man muss sich anmelden für die Kurse. Man muss Konferenzen und Trainings besuchen. Sämtliche Veranstaltungen, die von unserer Gemeinschaft organisiert werden. Man muss dem 90-Tage-Plan folgen, denn wir wissen, sobald wir dem Plan folgen, müssen wir bis ans Ende treten. Und nur nach der Erfüllung aller Punkte in diesem Plan müssen wir die Ergebnisse sehen. Und natürlich dürfen wir nie zurückbleiben, nie stehen bleiben, bevor die Ziele erreicht worden sind. Wir alle müssen träumen können. Und je größer unsere Ziele sind, desto stärker ist auch der Wunsch, diese umzusetzen. Sehen Sie mal, hier sind alle Instrumente vorgestellt. Wir sagen über alle Schritte Bescheid, die gemacht werden müssen. Sie müssen nur anfangen zu handeln. Das ist das Wichtigste. Und ich höre nie auf zu wiederholen, dass Träumen immer groß sein muss. Man muss sich große Ziele setzen. Man muss nach vorne gehen. Gehen wir weiter zu dem nächsten Schritt, zu der nächsten Präsentation. Hör zu, mein Freund. Ich möchte dich um etwas bitten. Um etwas, was wir in der Regel vergessen, was aber sehr wichtig ist. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was du jetzt von mir hören könntest. Hör mir deshalb genau zu. Ich möchte dich um Folgendes bitten. Träume Träume wie ein Kind, aufrichtig, mit offenem Herzen. Träume so, als hätte dir noch nie jemand diesen schrecklichen Satz gesagt. Träume werden nicht wahr. Das ist eine Lüge. Deine Träume. Sie werden wahr, wenn es deine sind. Wenn du daran glaubst. Wenn du etwas tust. Träume Träume inspirieren, Träume motivieren und reden zu Taten an. Träume lassen dich vom Bett aufspringen und erfüllen dich mit Energie. Träume machen dich glücklicher, denn du kannst nicht von etwas Schlechtem träumen. Träume verleihen Flügel. Träume Der Traum ist dein Vektor. Ein Traum mit Glauben und der Bewegung darauf zu, ist bereits ein Ziel. Und dein Ziel ist konkret. Es leitet dich. Ohne einen Traum bist du blind. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Du bist wie eine Fahne, die sich im Wind auf der Stelle dreht. Wie ein Blatt, das vom stürmischen Fluss des Lebens getragen wird, wohin auch immer er fließen mag. Sei wie ein Schiff. Träume. Lebe bewusst. Lebe in vollen Zügen. Träume. Denn die Träume sind es, die unserem Leben einen Sinn verleihen. Existiere nicht, sondern lebe. Ich bitte dich darum. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, nur um zu arbeiten, zu existieren, um uns einen Platz unter der Sonne zu erkämpfen. Wir sind gekommen, um zu träumen. Und dadurch sind wir gekommen, um zu schaffen. Träume. Schau auf niemanden zurück. Träume von etwas Eigenem und nicht davon, was dir eingeredet wird. Wie klein dein Traum auch sein mag, es ist dein Traum. Verwirkliche ihn. Und träume von etwas Anderem, Eigenem, was für dich von Bedeutung ist. Traum für Traum. Traum für Traum. Das ist das Leben, verstehst du? Genau das ist das Leben. Ich bitte dich, träume. Sonst werden andere für dich träumen. Aber dann wirst du auch nicht dein Leben leben, sondern das der Anderen. Und du wirst nicht deine Träume erfüllen, sondern die Träume anderer. Willst du das? Ist es das, wofür du lebst? Hat dein jüngeres Ich wirklich davon geträumt, als du noch geliebt hast und wusstest, wie das geht? Hör zu, mein Freund. Halt an. Hör auf zu rennen. Ohne einen Traum wirst du es eh nicht rechtzeitig schaffen. Denn du weißt nicht, wohin du rennen sollst. Vergeude keine Zeit. Vergeude gar keine Zeit. Zeit, das ist das Wertvollste, was du hast. Ich habe noch nie verstanden, wie man die Zeit totschlagen kann. Halt an. Erinnere dich an deine Träume. Du hattest doch welche. Du hast davon geträumt, erwachsen zu werden. Erfolg zu haben. Jemand Wichtiges, Bedeutendes zu sein. Ein Wissenschaftler. Ein Künstler. Ein Arzt. Ein berühmter Sportler. Ein Astronaut letztendlich. Du hast davon geträumt, die ganze Welt zu sehen. Eine Reihe von Entdeckungen zu machen. Ein Meisterwerk zu schaffen. Ein Andenken zu hinterlassen. Oder einfach, noch ohne zu wissen, wie. Aber du hast davon geträumt, dass du unbedingt glücklich sein wirst. Und dann hast du irgendwie aufgehört. Du bist erwachsen geworden. Diese Welt wurde von Träumern und Verrückten erschaffen. An deren Träume niemand jemals geglaubt hat. Denen gesagt wurde, hey, das ist unmöglich. Gib auf, du Lauf. Mach etwas Vernünftiges. All die großartigen Dinge, die wir bewundern und benutzen. Vor deren Hintergrund wir Selfies machen. Das war einst der Traum von jemandem. Jemandes unrealistische Fantasie. Jemandes Wunsch. Und jemandes Glauben. Träume, mein Freund, wo auch immer du jetzt sein willst, wer auch immer du jetzt bist. Es ist noch nicht zu spät, deinen Traum zu verwirklichen. Denke darüber nach, was du jetzt tun würdest, wenn du nicht überleben müsstest. Frag dich, was willst du wirklich? Der Mensch ist geschaffen, um zu erforschen, um zu schaffen. Er kann nicht nichts wollen, nach nichts streben. Das ist unnatürlich, wieder die Natur. Verstehst du? Jetzt ist die beste Zeit anzufangen. Nicht gestern, nicht morgen, nicht ab Montag. Jetzt. Fang an zu träumen. Träume in großen Maßstäben und träume in allen Einzelheiten. Sieh dich selbst und deine Welt so, wie sie dir gefällt. Erschaffe sie zuerst in deiner Fantasie, in deinen Gedanken. Male dein eigenes Kunstwerk. Träume, glaube, handle und gib nicht auf. Niemals, hörst du? Gib niemals auf, weder dich noch deinen Traum. Ich glaube an dich, mein Freund. Glaub auch du an dich. Fang an zu träumen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dieses Video, das Sie auch auf unserem YouTube-Channel finden können, Sie nicht vergessen werden. Sie werden nicht vergessen das, was in diesem Video gesagt worden ist. Man muss immer den Menschen helfen. Man muss den Menschen daran erinnern, dass sie träumen müssen. Denn die Befähigung zu den Träumen ist wichtig. Man darf nie zulassen, dass diese Möglichkeit irgendwann einschläft. Denken wir noch einmal an Folgendes. Wenn wir arm geboren werden, ist es nicht unsere Schuld. Wenn wir arm sterben, dann ist es verkehrt. Und hier sprechen wir noch über ein paar Neuigkeiten, die ganz bald auf uns zukommen. Unsere nächste Veranstaltung rückt immer näher am kommenden Wochenende. Und ich hoffe, da bekommen wir viele Besucher on- und offline. Das ist der Kongress Italiens. Das ist die Veranstaltung, wo wir alle zusammenkommen können in Echtzeit. Das ist der italienische Kongress 2021. Auf diesem Kongress werden sowohl neue Instrumente vorgestellt, als auch neue unglaublich tolle Informationen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir bestimmte Limits haben in Bezug auf Bewegungen und so weiter und so fort. 250 Personen können aber in Rom physisch sein. Wenn jemand es nicht schafft, offline uns zu besuchen, dann kann man das immer online machen. Teilen Sie die Informationen in sozialen Netzwerken mit Ihren Bekannten. Die Eintrittskarten können Sie über das Kundenkonto, den Kundenaccount kaufen. Und wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, nach Rom physisch zu kommen, sollen sich diese Menschen uns online anschließen. Denn glauben Sie mir, die Informationen, die wir bekommen, werden ganz wichtig sein für jeden von uns. Und wenn der Mensch schon innerhalb der Firma lebt, sein eigenes Leben führt. Und hier sprechen wir über das Leben jedes Einzelnen. So fragt man sich, warum sollte man nicht zu der Veranstaltung kommen, die uns bei der Entwicklung unterstützt. Wenn Sie noch nicht die Eintrittskarte gekauft haben, sollten Sie das tun. Wir haben nur noch 60 Eintrittskarten für Galadina. Die Online-Veranstaltung ist unbegrenzt in puncto Teilnehmerzahl und die Karte kostet nur 50 Euro. Jeder, der zum vollen Preis die Karte bekommt, erhält bis zum 31. Juli 2022 den Zugang zu Premium-Funktionen. Und hier in den ersten Punkten konnten Sie sehen, zu den Premium-Funktionen des Premium-Bots. Den Preis sehen Sie sowohl in Euro als auch in Units. Und diejenigen, die den Preis, den ermessigten Preis bezahlt haben, können die Premium-Funktionen des Bots genießen, indem Sie den Unterschied nach zahlen. Es bleibt gar nicht so viel Zeit übrig. Gehen wir zu der nächsten Seite über. Und hier beginnt der interessantere Teil. Vielleicht ist er emotionsgeladen. Neue wirtschaftliche Evolution der Welt. Die Kreierung dieses Projektes war für mich das Wichtigste. Das, was mich motiviert hat, was mich dazu gebracht hat, einen weiteren Schritt nach vorne zu tun. Wir sprechen hier über die Philosophie, die wir haben, die es gibt in unserem Projekt. Das, was heute Realität bereits geworden ist. Neue wirtschaftliche Evolution der Welt. Die Welt braucht Veränderungen. Das muss man immer verstanden haben. Die Welt brauchte das immer. Aber die Situation, die wir heute haben, die wirklich nicht optimale, muss uns mit Folgendem ausstatten. Die Menschen wissen, wie sie in solchen Situationen zu handeln erhabten. Wie sie wirtschaftlich unabhängig werden. Wie sie immer über Wasser halten. Und zwar mit großem wirtschaftlichen Erfolg. Die Nachrichten, die wir jeden Tag empfangen, sind nicht die angenehmsten. Und wir können alle gemeinsam die neue wirtschaftliche Evolution der Welt in die Tat umsetzen. Denken Sie, wir haben immer von 15 Prozent der finanzkompetenten Menschen gesprochen. Es mögen nicht 15, sondern 13 oder 14 Prozent sein. Aber so können wir die Situation auf der Erde verbessern. Im neuen globalen Ökosystem kann jeder Miteigentümer von zukunftsversprechenden Technologien und Branchen der Wirtschaft sein. Sie werden sich verlieben in die Technologie, in die Philosophie. Auch wenn Sie sich in das Business nicht verlieben. Denn die Philosophie ist einfach bezaubernd. Das ist etwas, was wir machen können. Womit wir das Leben eines jeden Menschen verändern können. Es geht weiter. Und ein paar neue und nützliche Informationen für unsere neuen Partner. Wir haben in unseren Kundenaccounts die Schaltfläche. Ich weiß nicht mehr, wie diese heißt. Aber in jeder Sprache finden Sie auf der linken Seite die Schaltfläche, die Ihnen zeigt, womit begonnen werden soll. Und hier erscheint eine Anweisung, so eine Art Bedienungsanleitung für das Kundenkonto, wo Sie kennenlernen können, was Sie an Möglichkeiten hier haben, welche Optionen hier zu finden sind. Das könnte eine wichtige Sache sein, sogar für diejenigen, die schon länger mit uns sind, denn nicht alle kennen sich so wunderbar im Kundenaccount aus. Also diese Schritt-für-Schritt-Anweisung wird wohl viele unterstützen, denn genau so können wir das System der Duplikationen, damit können wir das Duplikationssystem benutzen. Und hier können wir alle detaillierten Informationen finden, denn in so einem Fall werden die Menschen nicht mehr so viele Fragen haben. Und eben dort finden wir alle Punkte, alle Anweisungen, wie man mit dem Kundenaccount arbeitet. Gehen wir nun über zu dem, was ich schon einmal gesagt habe. Es lohnt sich wirklich, wenn man alle Veranstaltungen besucht, die die Firma umsetzt und anbietet. Jetzt in Amerika planen wir auch eine Veranstaltung. Juan Ayalo, Sergio Spina, unsere Partner sind dort. In Peru findet eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Ich bin zuversichtlich, dass auch in anderen Ländern ganz viele Veranstaltungen sowohl um- als auch offline durchgeführt werden. Vielleicht ist die Pandemie ein Hindernis auf diesem Wege, aber allenfalls können wir langsam beginnen, Offline-Veranstaltungen, auch wenn im kleineren Ausmaß, anzufangen. Vergleichen Sie das mit dem Kalender, um zu sehen, welche Veranstaltungen on- und offline auf uns in nächster Zukunft zukommen können. Wir können jederzeit in jedes Büro im Lande kommen und Sie können sich vorstellen, welche Atmosphäre da herrscht und welche wertvollen Informationen dort bekommen werden können. Die Präsentationen und Trainings von den besten Vertretern der Firma, von den Leadern und die Beteiligung, die Teilnahme an solchen Veranstaltungen ist kostenfrei. Also verpassen Sie nicht Ihre Chance. Gehen wir über nun zu der nächsten Folie. Wir sprechen jetzt über freie Stellen, über offene Stellen. Wir haben Manager des Projekts Genie der Finanzen. Wir haben eine Vielzahl von Departments. Wir haben das Thema Genie der Finanzen heute kurz angesprochen und unser Partner, Akademie für Privatinvestoren, sucht nach einem Projektleiter, Genie der Finanzen. Wir suchen einen Spezialisten für die Stelle des Projektleiters. Der Spezialist soll interessiert sein, neue Schwerpunkte zu erarbeiten, neue Businesspläne zu erstellen, Aufgaben zu planen, festzulegen, ein Team zu bilden, qualitativ hochwertige Arbeit zu organisieren, über die Marktentwicklung nachzudenken, diese Richtung ständig zu verbessern. Genie der Finanzen ist ein Business Simulator, mit dem Sie Ihr ganzes Leben nochmal aufzeigen können, um zu sehen, wo Defizite vorliegen, wo Verbesserungsbedarf besteht. Also das ist eine sehr, sehr interessante und sehr nützliche Option für jeden von uns. Ein Projektmanager hier in diesem Sinne zu sein, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir müssen alle Verantwortung tragen. Wenn Sie gerne möchten, da an der Entwicklung mitzuwirken und Manager des Projektes Genie der Finanzen zu sein, verlieren Sie nicht Ihre Chance. Machen Sie es. Global Unit Pay. Alle müssen mittlerweile wissen, was das für eine Plattform ist, unser Zahlungssystem. Und die Kontrolle wird kein Problem mit sich führen, weil folgende Funktionen dazugekommen sind. Wir fügen ständig neue Optionen hinzu. Und vor einigen Wochen hat die Firma angefangen, einige Webinare zu organisieren zu Global Unit Pay, wo sie Antworten auf alle Fragen bekommen können. Und die Menschen, die sich noch nicht eingetragen haben, nicht registriert haben auf Global Unit Pay, sind herzlich eingeladen. Sie können sich verifizieren mit Global Pass unter Benutzung der App. So können Sie QR-Code und Video aufnehmen. Pass lesen über Smartphone ist über Global Pass Applikationen möglich. Mit NFC-Chip ist das möglich. Das ist anwendbar auf die Beste der Europäischen Union und der Russischen Föderation. Um über die jüngsten Veränderungen informiert zu sein, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. So, dann geht es weiter. Und ganz vor kurzem wurde ein neuer Kanal gestartet. Und wir müssen das auch schätzen, dass es in der Firma einige YouTube-Kanäle gibt. Denn es gibt einen YouTube-Kanal von Average und Global Unit Pay, Akademie für Privatenvestoren. Und neulich wurde noch ein Kanal im YouTube gestartet, nämlich Crypto Unit Blockchain, wo wir alle notwendigen Nachrichten erfahren werden über unsere Börse und so weiter und so fort. Das ist ein Kanal, wo wir noch nicht ganz viele Videos haben, aber Sie finden alles Notwendige. Und die Tokenonomik der Projekte. Sie können hier sich anschauen, wofür Token gut sind, WorldCrew, USDU, wo der Unterschied liegt und so weiter. Und lasst uns die Nachricht von André Kavaratov lesen. Lieber Partner, wir teilen die dringenden Neuigkeiten der Crypto Unit Blockchain. Der Zeitraum der bevorzugten Umwandlung von WorldCrew Security Token endet am 30. Juni 2021. Liebe Freunde, das ist eine sehr, sehr wichtige Nachricht für uns alle. Diese Nachricht können Sie im Kundenaccount sehen, unter den Nachrichten, auch in unseren Chats und so weiter. Bis zum 30. Juni dieses Monats müsste die Konvertierung abgeschlossen sein. Viele haben es inzwischen geschafft, denke ich. Wir alle müssen konvertieren. Es ist zwar auch kein Zwang und kein Muss, aber heute, direkt heute, ist es der beste Zeitpunkt, wo Sie Crew gegen WorldCrew konvertieren können zu günstigen Konditionen. Aufgrund der vielen Umstände müssen Sie das machen. Also die Firma hat bestimmte Schritte vorgenommen. Und der Preis für diese Konversion ist sehr, sehr klein, sehr geringfügig. Wenn Sie den Prozess der Konvertierung beginnen, sehen Sie das. Angefangen vom 1. Juli werden sich die Bedienungen ändern. Das werden Sie sehen. Und Sie werden auch den neuen Mechanismus der Konvertierung sehen. Das können Sie nachlesen in Ihrem Crew-Account. Und der Preis für die Konvertierung wird sich verändern, wird zunehmen. Das können Sie in dem Kalender sehen, in den Nachrichten. Lehnen Sie das durch, denn es ist sehr wichtig. Wenn Sie Ihre Crew konvertieren können, wird es vielleicht zu spät sein. Und Sie würden viel mehr Kommission zahlen, Provision zahlen. Sie können sich später fragen, ach, warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe meine Mittel verlieren. Also, liebe Freunde, bitte ignorieren Sie nicht diese Nachricht. Gehen Sie in den Kundenkonto und lesen Sie den Mechanismus durch. Ich motiviere Sie, ich fordere Sie auf, dass Sie nicht die Zeit verlieren mögen und dass Sie konvertieren, damit niemand später sagt, ach, warum hat man mich nicht früher gewarnt? Gehen wir über zu der neuen Folie. Bei der Konvertierung hat es einige Probleme gegeben bei manchen Partnern und das hat für Fragen gesorgt. Wenn Sie Probleme haben mit der Konvertierung Crew gegen World Crew, müssen Sie die Form ausfüllen und unser Support wird Sie dabei unterstützen. Wir werden unbedingt Ihnen Hilfe leisten. Im Chat bekommen wir vielleicht dieses Formular. Das ist eine Form, die dafür da ist, damit Sie erklären können, was Sie für Probleme haben, warum etwas nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert. Also, Sie müssen hier die Form ausfüllen und wir helfen Ihnen so schnell, wie es eben geht. Dieses Dokument wurde vor einer Woche erstellt. Viele haben das schon ausgefüllt, einige noch nicht. Aber allenfalls, wenn Sie solche Partner haben, die ein Problem, die mit einem Problem konfrontiert werden, füllen Sie bitte die Form aus und schicken Sie diese uns. Ich glaube, diese Form haben wir auch in unserem Backoffice, aber wenn wir gefragt werden sollten, wird es auch nicht schlecht sein. So, die nächste Folie bitte. Und hier sehen Sie die Nachricht. Bitte schließen Sie die Konvertierung bald ab. Löschen Sie vor der Konvertierung den Cache und die Kukies in Ihrem Browser. Vergessen Sie auch nicht, die Guthaben im Blockchain-Browser zu aktualisieren und UNTB in Staking zu setzen, um die CPU zu schonen. Das sind technische Momente, die trotzdem wichtig sind. Wenn Sie bei dem passenden Webinar nicht dabei waren, schauen Sie die entsprechenden Infos sich im Kundenaccount an. Wir wollen immer unseren Partnern helfen. Wir wollen, dass unser Partner das erreicht, was er will, damit er keine Probleme hat auf diesem Wege. Es gibt Partner, die wir eingeladen haben in dieses Business und wir wollen es so nicht haben, dass einer sagt, ach, das hast du mir nicht erzählt oder das habe ich nicht gewusst und so weiter und so fort. Man muss immer mit allen Partnern im Kontakt sein und man muss immer Informationen mit denen teilen, damit man diese Möglichkeiten von jetzt nicht verpasst. So, wir haben schon in einem Teil der Präsentation über die Trainings gesprochen, die notwendig sind für die Entwicklung Ihres Businesses. Dadurch können Sie Profis werden, wenn Sie diese sämtlichen Kurse belegen. Hier sind Informationen und Materialien präsentiert, die Ihnen in jedem Lebensbereich unterstützen. Wir haben hier einige Ebenen. Ebene 1 ist für diejenigen, die es lernen wollen, Ziele sich vorzunehmen, wie man Zeit für sich arbeiten lässt, wie man richtig träumt und so weiter und so fort. Hier sprechen wir wieder von den Träumen. Davon darf man nicht vergessen. Diese Kurse sind, wie ich eben sagte, in unserem Average Kunden Account vorgestellt. Beim zweiten Level erfahren Sie, was erforderlich ist, um den Businessplan für Ihr Leben zu erstellen, über die Träume. Aha, über die Träume sprechen wir hier wieder. Sie werden hier lernen, wie man sich verhält bei geschäftlichen Verhandlungen, um einen guten Eindruck zu machen. Level 1 ist mit eingeschlossen, selbstverständlich. Beim vierten Level sind auch alle drei vorangehenden Kurse mit enthalten. Hier sehen Sie die Beschreibungen von Level 3 und Level 3. Bei dem Sie dieses Material studiert haben, können Sie ein Gleichgewicht im Leben finden. Ihre psychoemotionale Stimmung pumpen, die Kunst des Geschichtenerzählers und der Führung erlernen und auch die Kraft der Gewohnheit kennenlernen, inklusive Level 1 und Level 2. Level 4. Sind Sie bereit, in das Lernen einzutauchen und den ganzen Weg vom Anfänger bis zum Profi zu gehen? Dann ist der Level 4 genau das Richtige für Sie. Dieses Paket enthält absolut alle Materialien dieser Schulung. Level 1 bis 4, nach dem Studium Sie ein MLC-Meister werden und ein riesiges Team erfolgreiche Menschen bilden werden. erfolgreiche Menschen. Darum geht es. Es geht darum, ein erfolgreiches Team zu schaffen. Denn wenn wir anderen helfen, ist es auch eine wunderbare Formel. Die Formel kann dupliziert werden, kann erweitert werden und alle um uns herum werden Erfolg haben. Die nächste Folie. Wir sprechen hier noch über einen Kurs, der ist hochinteressant und er heißt MLCI Pro. Bei diesem Kurs und der Kurs dauert übrigens einen Monat lang, vier Sessionen. Jede Woche wird es eine Session geben, rund drei Stunden lang. Und da muss man immer Zeit finden für neue Erkenntnisse. Und der Kurs wird dann gestartet werden, wenn wir eine gewisse Anzahl von Personen haben. Der Preis eines solchen Kurses beträgt 1000 Units. Die Teilnehmer werden nach Abschluss des Kurses getestet. Diejenigen, die mindestens 70% der Testfragen richtig beantworten, erhalten persönliche Zertifikate, den erfolgreichen Abschluss des Programms und die Professionalität als MLCI-Unternehmer bestätigen. Und die Teilnehmer, die den Test mit 100% bestehen, erhalten spezielle Exzellenzzertifikate. Master of MLCI. Also, achten Sie bitte auch darauf, auf diesen Kurs. Ich denke, jeder von uns sollte diesen Kurs abschließen. Und das wollte ich zuletzt erwähnen, aber da die Folie jetzt schon da ist, werde ich das garantiert nicht vergessen. Geschlossenes Treffen für Mitglieder des privaten Clubs. Um 3 Uhr Moskauer Zeit findet das Berichtstreffen der Mitglieder des Crypto-Units Private Group und der Führungskräfte des Unternehmens statt. Das findet um 15 Uhr, also etwa in eineinhalb Stunden. Und heute haben wir den Kurs von Botschaftern für lokale Liederräte. Das ist übrigens auch eine wichtige Info. Ich glaube, diese Folie ist nicht von heute. Das ist zum Webinar am vergangenen Wochenende oder vor einer Woche. Also, es geht um das geschlossene Treffen und man muss verstehen, dass wir Informationen, die in geschlossenen Treffen bekommen werden, nicht weiter vermittelt werden dürfen. Heute haben wir um 3 Uhr Moskauer Zeit ein Training von Botschaftern oder Projektmanagern für Botschafter und die lokalen Führungskräfte. Das ist hier alles zusammengefasst. Also, an einem ersten Samstag des Monats bekommen wir eine Zusammenfassung dessen, was im letzten Monat passiert ist. Projektnachrichten und Aktionen, Finanznachrichten, Blockchain-Nachrichten, also alles, was neu ist, was wichtig ist, in kurzer Fassung. Am zweiten Samstag des Monats findet ein geschlossenes Webinar statt. Also, das, was wir vorher hatten. Nachrichten des Investitionsdepartements, Bericht über die Vermögenswerte und, und, und. Es ist eine geschlossene Geschichte. Nicht für alle dort drin können Menschen sein mit dem Status Konsultant und höher und mit bestimmten Investitionen ab 1.000 Units. Hier sprechen wir über die Bewertung von Investitionen, UGP, Group, Average, STOO und exklusive Nachrichten der Firma. Am dritten Samstag des Monats gibt es ein Training von den Ambassadoren oder von den Projektleadern für alle, die das gerne möchten. Bildungskurse für Leader von Average. Und am vierten Samstag des Monats, das heißt heute, findet ein Training von Botschaftern oder Projektmanagern für Botschafter und lokale Führungsräte statt. Das ist das, was auf uns heute zukommt. Ich dachte, diese Information sollte auf der vorherigen Folie vorgestellt werden. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, denn wir sprechen hier über die Bildungsmöglichkeiten über Ambassador und lokale Führungskräfte. Zur nächsten Folie, bitte. Da kommt ein Video. Bitte schauen wir uns das an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.